Das ist meine Katze Neko. Und jedes Mal seit etwa zwei Tagen, wenn ich hier sitze, auf der Toilette und meine Hose runterlasse, legt sie sich genau da rein und schnurrt sich Anna ab. Ich weiß nicht genau, wie sie auf den Trichter gekommen ist, aber immer wenn ich hier sitze, klettert sie inzwischen da rein. Ja, da sitzt sie dann und ich weiß nicht, wie ich sie da rausbekomme. Naja, ich weiß schon, wie ich sie da rausbekomme, ich verscheu sie halt. Aber Katzen sind sehr, sehr seltsame Tiere. Sehr, sehr seltsam. Ach, jetzt hat sie irgendwas gehört. Guck an. Ach, Chinas, wenn ihr wüsstet, wie ich diese Katze liebe. Die ist toll. Ich mag die sehr gerne. Vielen Dank.